Könntest du die dritte Zeile noch mal vorlesen? Die habe ich Akkus hier nie verstanden. Äh, Bohnen. Ein Wort nur. Dann hat man schon spontane Assoziationen. Bohnen, Feuerwerk. Wegen der Furzerei, meine ich. Soll ich das untermalen? Das wäre sensationell. Das wäre super. Das ist natürlich eine Einladung für Caro. Gefühle sind wie Emotionen. Wie Buchweizen mit grünen Bohnen. Es ist wahnsinnig nass. Es ist wirklich sehr nass. Furztrocken hat sie das gemacht. Mach mal Brechbohnen. Das waren Brechbohnen, glaube ich.